Rainer Maria Rilke Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinnehmen, über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne, möchte ich sie bei irgendwas Verloren im Dunkeln unterbringen. An einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiterschwingt, wenn deine Tiefen schwingen? Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, das bei Seiten eine Stimme zieht. Auf welchen Instrument sind wir gespannt und welcher Spieler hat uns in der Hand? Oh, süßes Lied!